Okay, da sind die Veteranen-Garten erfunden. Ich glaube, ich warte, bis ich einen Dormus-Tempel bauen kann. Da sind zwei Karawaden gleich beim Ankommen. Da ist noch eine dritte Karawane, wenn ich richtig sehe. Ja, ist auch eine dritte Karawane. Ah, die Flagge ist nicht gut. Wir wissen auf jeden Fall, woher sie kommen. Also können wir hier ein paar Präventivmaßnahmen einrichten. Oh. Nein, nein, nicht Sterbenkarawane, nicht gut. Ja, das ist nicht so, dass die Flügel-Wed-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren-Flohren. Noch eine Nachricht? Ja, genau. Ah, Your Majesty, die Lady of Vail sends uns a warm greetings und congratulation of our initial success in den Weg und den Lokal trade routes. Was? Die Karawane nehmen. Noch eine Nachricht. Wo ist die Bevölkerung? Oh, was zur Hölle. Noch mehr Geld, sehr gut. Your Highness, we've improved the guardhouse. Zwei Karawaden, okay. Oh. Mach das Ding da mal weg. Wäre mir recht und teuer. Oh. 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 Okay, noch mehr Caravaggio, die es reitschaffen. Sehr gut. Okay, die Mission ist schon ein bisschen stressig, muss ich sagen. Poor hunting has driven a pack of starving and butter and walks into a settlement. Would man say, there are evil werewolves leading the pack. Ah, supi. Oh, scheiße. Das Stoneskin hält ihm zum Glück etwas länger am Leben. Und eine Nachheilung hilft auch, Wunder. Wie sieht es aus? Wo sind die Bar-Karawaden gerade? Nur die eine? Ja, nur die eine gerade, okay. Oh. Das war nicht gewollt. The Bourbon Lords have set a letter of glory and praise to tell you for the fine work that you are doing and keep this realm safe for commerce, your... for commerce, your majesty. Okay. Mach mal hier alles weg, dass wir von den Goblins hier mal Ruhe haben. Die Karawade, die kommt gut durch, wird nur von den Wehrwölfen hier oben vielleicht ein bisschen bedroht. Bedroht. Aber ansonsten... Du mal upgrade, dass du, dass wir blessen können. Was? Was? Warum das hier auch noch? Was? Warum das hier auch noch? Das ist wichtig. Was? 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 Die Demonskill da unten, die ignoriere ich komplett. Bis jetzt ist das wieder nur die einzige Karawane. Ja, ich weiß, wie ich hier unten noch besser absichern kann, nämlich damit. Ja, die Diebe können nicht mehr viel machen, das ist gut. Oh, das ist eine riesen Gorgonenarmee, das ist nicht so schön. Vor allem die Greater Gorgons sind saumäßig stark eigentlich, das ist das Hauptproblem. Dich plässig mal auch. Jetzt müssen noch die Gorgon hier weg. Noch was zum Stoneskin, zum Glück kriegen wir relativ viel Geldeinschub und zum Glück reagieren auch die gelben Gegner auf meine... Angriffsflaggen, das heißt sie... Zerstören sich eigentlich teilweise gegenseitig, was gut ist. Wat? Die sind zum Glück alle Level 1. Mölk verprügelt Medusen. Zwerg verprügelt Medusen. Das ist nicht so schön. Die können wir dann aber durch einen Paladiner setzen. Noch jemanden, den wir durch einen Paladiner setzen könnten, theoretisch. Oder wir lassen nicht wieder auch was stehen. Komm, du bist Level 7. Hat das was gebracht? Das war ein bisschen zu viel für dich, glaube ich. Du bist Level 7 und du wirst wiederbelebt. Du bist Level 7 und du wirst wiederbelebt. Was hältst du an? Ich bin raus. Wenn du an. Liedst du Wasser in. Du bist gleich so erfolgreich. Du bist in der Name der Dwarven. Dann müssen wir uns an. Ich bin ein Ranger. Du bist ein Baby. Du bist. Du bist ein Baby. Ah, wir müssen noch 13 Tage durchhalten. Wieso bewegt sich die Karawane nicht? Die unten kommt. Aber die obere will nicht gerade irgendwie. Was passiert jetzt? Neues Goblin Camp hier. Ja, das ist verkraftbar. Das hält die Banditen ein bisschen in Schach. Das war keiner von meinen Diemen, das war ein gegnerischer, gut. Das war's. 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 Das war's.